Die Hans-Moll-Wurf-Produktion präsentiert vom Fußball getroffen. Der Wettbewerb ist zu Ende. Gib diesem Mann dann die 10.000 Dollar. Wir sind ja nicht bei Amerikas lustigste Home-Videos. Aber der Ball ins Zentralmassiv, das kommt bei allen Niveaustufen an. Zeig sie nochmal. Und der Oscar geht an. Ach, diesmal muss ich gewinnen. Wie immerhin habe ich ganz Hollywood bestochen. Josh C. Scott für den Mann, der von einem Football getroffen wurde. Meine Leisten!